Seien Sie herzlich willkommen zu AgilSmart 35. Heute erleben Sie wieder erneut Wissenszuwachs auf dem Gebiet der Medizin. Sie lernen wieder neue Methoden kennen und hervorragende Ergebnisse. Lassen wir heute Herrn Prof. Dr. Dr. Edinger auf dem Kongress mit seinem Vortrag zu Worte kommen. Der Kongress war 2014. Den AgilSmart Anhängern ist Herr Prof. Edinger kein Unbekannter. Ich erinnere an das besonders bemerkenswerte Interview, was er mit Prof. Vogt gehalten hat und was wir im AgilSmart dargestellt haben. Er hat uns damals in dem Interview Ergebnisse vorgestellt, Vergleich zwischen herkömmlicher Therapie, Strahlentherapie, also Chemo und Operationen einerseits und andererseits Ergebnisse, die bei Krebs erzielt wurden, lediglich durch die Gabe von Lytril. Wir erinnern uns, Lytril ist nichts anderes als Aprikosenkerne. Und dabei schnitten die herkömmlichen Therapien sehr schlecht ab. Das wissen wir, das bedauern wir, dass das weltweit so ist. Dagegen die Gabe von Lytril hat sehr, sehr gute, zigfach bessere Ergebnisse gezeigt. Und die Studienergebnisse liegen schon viele, viele Jahre vor. Und sie sind noch verbessert worden durch die Erweiterung der Therapie über Lytril hinaus. Prof. Edinger beschäftigt sich in seiner Klinik in Deutschland nicht nur mit krebserkrankten Patienten, sondern er therapiert auch Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Polyneuropathie, Burnout, Adipositas und andere schwere Erkrankungen. Und seine Ergebnisse lassen einfach aufhorchen. Ich stelle Ihnen jetzt den Vortrag per Video vor. In dem Vortrag ist leider die Darstellung der Grafiken nicht so gut gelungen. Deshalb zeige ich Ihnen im Anschluss an den Vortrag, also im Anschluss an das Video, die Grafiken noch einmal in einer besseren Darstellung. Da können Sie quasi den Vortrag noch einmal Revue passieren lassen. Auffällig im Vortrag für mich ist es und unvergesslich ist es, welche Bedeutung die Psyche bei der Heilung der Erkrankungen, auch der schweren Erkrankungen hat. Hören Sie also, erleben Sie Herrn Prof. Edinger. Maier Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen in einem sehr, sehr kurzen Vortrag einen ganz kleinen Überblick über das geben darf, was wir eigentlich machen. Ich komme jetzt auch gleich zum Punkt. Weitere Infos können Sie gerne nachher am Stand haben. Der ist hier direkt an der Tür und ich schieße jetzt einfach mal über die ganzen Sachen hinweg. Mir ist momentan wichtiger, dass Sie einige Bilder sehen. Wir haben verschiedene internationale Vereinigungen, mit denen wir zusammenarbeiten, im Wesentlichen in Russland, in den USA, aber auch in Deutschland und Österreich, in der Schweiz. Das Urgestein der Weltraummedizin sehen Sie im Grunde genommen hier, vor allem den alten Professor Barjewski, der immer noch mit seinem Stahlgebiss anlächelt. Der ist schon über 80. Und Sie haben aber auch wirklich prominente deutsche Wissenschaftler dabei, zum Beispiel den Leiter der Uni Frankfurt, der Professor Banzer, oder einer der 50 klügsten wissenschaftlichen Köpfe. Der ist der Professor Trauf immer von Absoluter Verjüngungskünstler. Und meine eigentlichen Ausbilder sind eigentlich die drei. Der alte Professor Hecht war mehrfach zum Nobelpreis vorgesehen, hat ihn aber wegen fehlender Pharmaabhängigkeit nicht bekommen. Und der zweite von links, das ist Professor Zakriatsky, der hat ja diesen weltberühmten Poyakov, jetzt hängt das Ding gerade, ne hier, 437 Tage in der Umlaufbahn gehabt. Man muss sich das vorstellen, in einer Zeit, als die Amerikaner oder anderen Nationen nach ungefähr 10 bis 12 Tagen halbtot rausgetragen wurden. Und mich hat natürlich immer interessiert, was haben die eigentlich mit dem gemacht. So, das heißt, wir haben dann das Glück gehabt, oder ich habe das Glück gehabt, die rechte Hand Barjewskis sehr lange an meiner Seite zu haben, nämlich fast viereinhalb Jahre. Und der hat mir dann die Dinge erzählt, damals der Dr. Kutschera, was man eigentlich tun kann, um die Leute aus dem Rollstuhl rauszuholen oder um zum Beispiel Krebspatienten gesund zu kriegen. Im Grunde genommen geht es eigentlich um dieses Steuersystem, das Sie hier sehen, das eigentlich alles regelt. Sympathikus und Parasympathikus. So, dieser Sympathikus ist eigentlich derjenige, der Sie antreibt, aber es reicht nicht aus, wenn Sie von der Brücke springen, um das Haupthormon von Sympathikus, nämlich das Adrenalin zu erregen, sondern das Hauptproblem ist, dass wir das Hormon nicht ausreichend nachbilden. So, Adrenalin ist der Hauptentsäuerer. Jeder, der ein Burnout hat, eine Depression oder ähnliches, hat immer einen Adrenalinmangel. Das kriegen Sie auch nicht weg, wenn Sie dauerhaft über Jahre hinweg nur Psychotherapie machen, ohne das Hormon entsprechend aufzuladen. Weil im gleichen Maße, wie Adrenalin stimuliert wird, werden auch die Hirnhormone, und die sind enorm wichtig, Dopamin als Hauptsteuerhormon, nur Adrenalin oder auch das Takthormon, Serotonin gebildet. Sie können also sagen, dass eigentlich über 90% der Erkrankungen eigentlich durch dieses Ungleichgewicht entstehen, und das ist leider heute unsere Seuche. Und man kann sich das so vorstellen, das Adrenalin wird hier in der Nebennäher gebildet, das ist jetzt so ein Gewebschnitt, also hier oben, und erst wenn Sie ausreichend Adrenalin haben, erst dann bilden Sie die Hormone der Verjüngung, das heißt also DHEA, als Gegenspieler des Angsthormones, Kortison zum Beispiel, oder Testosteron, Östrogen, und dann bilden Sie auch genügend Kortison, um zum Beispiel Allergien in den Griff zu bekommen, oder speziell andere Hormone, mit denen Sie zum Beispiel genügend Mineralien im Körper haben, um überhaupt Ihren Stromkreislauf in den Griff zu bekommen. Man kann das mit verschiedenen Systemen messen, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, eine Patientin mit Motorrostkarzinom, die nur allein aufgrund dessen, damals hatten wir nichts anderes, des Ausgleiches zwischen Sympathikus und Parasympathikus, der ja über 99% ihres Systems regelt, alleine schon ihre Tumore verloren hat. In der Regel sind die meisten Menschen, man kann das einteilen in verschiedene Phasen, in der sogenannten Adaptionsphase, das heißt, sie haben nicht die Kraft, um aus eigenen Stücken sozusagen ihre Allergie, ihre Schlafstörung oder auch schwere Erkrankungen loszubekommen. Das schaffen sie aber mit unseren Therapien im Schnitt innerhalb von vier Wochen, das ist auch sehr gut belegt, also durch Bajewski und andere. Die Techniken, die original in der Raumfahrt gemacht wurden, hatten wir dann weiter aufgebaut und verfeinert mit internationalen Partnern. Hier sehen Sie ein System, das ist ja als Prognus bekannt geworden, mittlerweile gibt es modernere Systeme. Und man kann also sagen, dass genau hier an den Meridianen, die hier gemessen werden, auch enorme ATP-Punkte sind. Die Russen konnten nachweisen, wenn sie zum Beispiel mit einer Nadel oder etwas Ähnlichem in den Akupunkturpunkt gehen, dass dann zum Beispiel Granulozyten regelrecht explodieren. Und dadurch haben sie die enormen Geschwindigkeiten der Meridiane. Das war also in der Westdichtnation nie bekannt. So, das Ganze nochmal im Kosmos, hier im Programm Buran, auf der rechten Seite. Da ist der Arzt noch mitgeflogen und hier hat man dann schon telemetrisch gearbeitet. Also Sie sehen zum Beispiel, das ist jetzt Poyakov selber, der die Situation in seines Körpers nach unten funkt und auch dann natürlich von unten per Vernetzung therapiert werden konnte. Das ist ein Beispiel einer solchen Messung. Hier ist ein ausgebrannter Manager, der nicht mehr in der Lage war, seine Geschäfte zu führen. Und nach drei Monaten hat er eine völlig andere Situation. So, Moment, ich zeige mir vielleicht dieses hier mal. Und zwar, wenn Sie sich mal vorstellen, das hier sind die Grenzwerte. Sie haben hier zum Beispiel Adrenalin, extrem hoch im akuten Stress. Der akute Stress geht sechs Wochen. Und im chronischen Stress nach sechs Wochen sehen Sie praktisch schon, wie diese Spiegel sinken. Das gleiche gilt für Noadrenalin und Dopamin. Leider Gottes, er ist sehr, sehr viel später. Das heißt, Sie arbeiten lange über Ihre innere Uhr hinweg und fallen praktisch fast nach zwei Jahren erst in dieses Tief hinein. Schneller geht es also für den Taktmacher des Körpers. Das Serotonin hier sehen Sie, das ist relativ schnell, genauso schnell unten wie zum Beispiel das andere Hormon Adrenalin. Das ist ein Beispiel, wie man zum Beispiel dadurch, dass man nur die Rezeptoren an der Zelle wieder aktiviert. Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja alle Zellzerrisse. Und das Problem ist natürlich, durch dieses Zellzerreißen, dass viele Hormone nicht andocken können. Und das war eine Frau, die also über Jahre schwerste Allergien und andere Erkrankungen hatte, schwerste Migräne nicht mehr arbeiten konnte, eine Steuerberaterin. Hier sehen Sie also im Prinzip den Östrogenspiegel vorher. Dann ist sie sechs Jahre lang mit Östrogenpräparaten aus der Schulmedizin therapiert worden. Und hier sehen Sie den Effekt bereits nach zwei Monaten. Das ist zum Beispiel eine Therapie, mit der Sie eigentlich das Gehirn synchronisieren können. Wir haben damals schon 1995 Wachkommapatienten damit behandelt. Das heißt, wir haben also bis zu 8600 Gewebshormone, die wir per Frequenz darstellen können. Und die Sie im Grunde genommen dann über diesen Stuhl, hier sind entsprechende Lautsprecher drin, und dann aber auch über den geschlossenen Kopfhörer, über diese Hörbahnen, eingeben können. Und damals sind schon die Patienten nach vier bis sechs Wochen zu 60 Prozent aus dem Koma erwacht. Und das war dann die Grundlage, um diese ganzen Geschichten dann auch weiterzuführen. Man kann es dann natürlich auch bei ausgebrannten Managern machen oder Depressionen oder Schizophrenien. Alle haben dieses verrückte Muster, das heißt, das völlige Chaos im Gehirn. Das sind EEG-Brandmappings. Und hier sehen Sie zum Beispiel, wie die Situation nach einer halben Stunde völlig anders aussieht. Das heißt, Sie haben physikalisch gesprochen oder neurologisch nicht mehr diese laterale Umfeldhemmung. Das heißt, Sie können sich Dinge plötzlich wieder merken. Sie haben keine Depressionen mehr, Sie sind klar im Gedankengang und so weiter. Da gibt es verschiedene Therapien, mit denen Sie den Schlaf auch vorantreiben können, aber die müssen Sie erst mal messen. So, in der Regel ist das sehr, sehr aufwendig. Wer schon am Schlaflabor war, kann sich daran erinnern. Hier sehen Sie zum Beispiel, das Schlafmuster sollte eigentlich so laufen, dass es sich fünffach immer wieder wiederholt, alle eineinhalb Stunden, dass Alkohol zum Beispiel vor dem Schlaf nicht besonders gut ist. Da hatte ich auch eine Diskussion mit Boris Becker vor vielen Jahren. Er meinte also, man muss unbedingt zwei Liter Weizenbier abends trinken und sonst können Sie nicht schlafen. Hier sehen Sie zum Beispiel, wie die Situation sich völlig verändert. Das sind die Traumphasen, was Sie jetzt hier zum Beispiel haben. Das ist der Mitteltiefe- und dann hier der tiefe Schlaf. Und Sie bilden nur im tiefen Schlaf im Grunde genommen ausreichend auch Adrenalin, Dopamin und alle diese Wachstumshormone, die Sie brauchen, um gesund zu werden. Man kann zum Beispiel allein aus der Schlafanalyse herauslesen, ob Sie ein Virus oder andere Erkrankungen zum Beispiel haben. Und es gibt einen Stoff, das Glycin, mit dem Sie das auch ausgleichen können. Das ist der einfachste Teil aller Aminosäuren. Ich gehe es mal ein bisschen schneller vor, weil es ist nämlich der verkehrte Vortrag, den ich hier habe. Das sollte eigentlich schon fertig sein. Wir können zum Beispiel die Felder des Menschen messen. Sie können sich vorstellen, Sie haben jetzt nicht nur den Körperraum, Sie haben auch verschiedene andere Räume. Und Sie haben auch einen Raum, man könnte sagen, das Magnetfeld, das also ungefähr unseren Körper 20 Kilometer umspannt. Und das können Sie zum Beispiel mit so einem Gerät hier messen. Das ist das sogenannte Squid. Und in Nano-Tesla zum Beispiel, das heißt, das Herzmagnetfeld ist viel, viel stärker als zum Beispiel das Gehirnmagnetfeld. Das heißt, es trägt natürlich sehr viel mehr Informationen. Und es wird sich Ihre Emotionen sozusagen immer durchsetzen gegenüber der Ratio. Das geht nicht anders. Und jetzt gibt es Systeme, die die Frequenzen des Körpers, die ja den Körper aufbauen, messen können. Zum Beispiel dieses Kio ist ja mittlerweile sehr bekannt. Hier sehen Sie die Anschlüsse. Es kann also nicht nur eine Resonanz messen, sondern es misst also auch Stromstärke, Spannung, Widerstand in einer Zehntelsekunde ungefähr 280.000 Reize und kann auch sofort korrigieren. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Bauchspeicheldrüsenproblem hat, also ein Insulinmangel, dann können Sie das innerhalb von Sekunden schon verändern. Das heißt, Sie fangen sofort an, die Vorstufe von Insulin zu bilden, und können das natürlich noch nicht messen, weil das minimale Mengen sind. Eine andere Sache, die ganz, ganz enorm wichtig ist, ist zum Beispiel, dass wir eins nicht vergessen dürfen. Wir können mit Ernährung sehr, sehr viel machen. Aber den Hauptschalter haben wir eigentlich im Gehirn. Das heißt, Sie haben im Frontal hier vorne sozusagen die Ratio, den Verstand sitzen. Schaffen dort gerade mal, wenn es hochkommt, 40 Bits. Was denken Sie denn, wie viel Sie hier in diesem emotionalen System schaffen? Hier ist Ihr Traumafeld, Ihre Emotionen. Hat jemand eine Vorstellung? Ein bisschen mehr. 40 Milliarden Bits. Das heißt, in jedem Fall wird sich natürlich das Gedankenjagen vom Einschlafen durchsetzen gegenüber dem Verstand. Und diese Störfrequenzen sozusagen, die werden dann in den Hirnstamm hineingefahren und gehen dann, der ja die ganzen Steuerfunktionen wahrnimmt, also auch für Herz-Kreislauf, PH-Wert oder was auch immer Sie wollen, Verdauung. Und das geht dann über das Herz weiter in das gesamte System. Also, das heißt, die ganze Geschichte ist sehr, sehr stark abhängig von Ihren Emotionen. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel in Kummer, Ängsten und so weiter sind, man kann das auch anhand der Enzyme, die ausgestoßen werden, messen. Wir brauchen zum Beispiel ca. 30.000 Enzyme, die Zellen ab- und aufbauen. Pro Sekunde bauen Sie ungefähr 7 Millionen Zellen ab, 7 Millionen auf. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt in Angst oder diesen Dingen hier sind, schaffen Sie kaum 5.000 bis 7.000 Enzyme zu aktivieren. Das heißt also, Sie bauen eine Menge Zellschrott, der abgebaut werden müssten, weil Zellen altern ja auch, bekommen Sie nicht mehr raus. Und die Alzheimer-Geschichte zum Beispiel beruht genau auf diesen Sachen, dass Sie in den alten Zellschrott die Amyloid-Plaks nicht mehr rausbekommen. Wenn Sie aber schon hier sind, Sie haben Mut, neue Dinge zu tun, dann entwickeln Sie von diesen ca. 30.000 Enzymen, die Sie brauchen, schon etwa 17.000 bis 20.000. Und wenn Sie sozusagen ins Liebesgefühl gehen, denken am besten an sich oder an so was oder an Ihre Kinder, dann haben Sie natürlich den vollen Enzymausstoß. Und da gibt es also viele Untersuchungen darüber, die das also ganz gut belegen. Das HeartMed-Institut ist dadurch weltberühmt geworden. Man hat hier EEGs, EMGs und so weiter gemacht. In der Frustration, wenn Sie hier unten sind, haben Sie keine Koordination im Körper. Sie bilden eigentlich nur Entzündungen. Sind Sie in der Anerkennung in diesen Bereichen, geht es Ihnen wesentlich besser. Und im Liebesgefühl, was ich eben gezeigt habe, haben Sie die volle Koordination. Wir bringen den Leuten das beides in kleine Untersuchungen. Die kleine Therapieverfahren, die dauern eigentlich nur drei Minuten. Die sind also auch im ganz, ganz großen Stil in Amerika, in Los Angeles und in New York gemacht worden. Und Sie sehen hier zum Beispiel, das ist ein Beispiel hier für die Gewichtsabnahme. Das heißt, Gewichtszunahme beruht ja im Wesentlichen immer auf viel Stress, auf Kortisonausstoß, auf Wassereinlagen, auf Verzuckerung und so weiter. So, und allein dadurch, dass Sie diese Koordination des Systems wieder schaffen, also auch damit Ihren Umsatz verändern, Ihre Verzuckerung in den Geweben und in den Arterien verändern, haben Sie schon Gewichtsabnahmen. Und man hat also nur diese Methode in dieser Abnahmeklinik gemacht und die Leute haben das dreimal am Tag gemacht, was eigentlich lächerlich ist. Hier sehen Sie, dass bereits in den ersten vier Wochen 10 Kilo an Gewicht verloren wurden. Und hier sehen Sie, wie das Ganze dann auch hält. Also ohne Jojo-Effekt. Das sind auch solche Beispiele. Eine andere Geschichte, die kaum glaubwürdig wäre, und wo ich mich mit den Gynäkologen sehr anlegen musste, aber es ist sehr gut belegt, ist, Sie können sogar als 60-Jährige den Hormonspiegel vom 20-Jährigen bekommen, was also Wachstumshormone anbelangt. Das ist auch hier nachgewiesen. Also 6.800 Leute in einer New Yorker Fabrik haben diese Methode gemacht. Und hier sehen Sie, wichtig ist natürlich, wenn die Angst dabei verloren geht, im Sinken von Cortisol, steigt der Gegenspieler das DHE an. Und zwar auf 100%. Und das Interessante ist, dass hierbei 30% der Menschen, die hier mitgemacht hatten, über 60 Jahre alt waren. Also das heißt, die hatten also nach vier Wochen im Prinzip ihr Jugendhormon. Jetzt muss ich vielleicht auch mal ein bisschen schneller gehen, weil es geht etwas durcheinander hier. Man kann mit dieser Methode natürlich alles Mögliche machen. Sie können also auch Rennfahrer therapieren, wie diese Dame hier, die völlig ausgebrannt war und jetzt Nummer 1 der Welt ist. Man kann natürlich auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen behandeln. Das war so ein Patient, der letzte Woche noch bei uns war und dann erzählte, dass er 100 Liegestützen macht. Er will jetzt natürlich 150 machen. Wenn man sich vorstellt, dass er im Grunde genommen sozusagen den Todesengel schon auf der Brust hatte, natürlich erzählt bekam. Er hatte eine genetische Erkrankung, den Vater und auch der Bruder hatten. Beide sind daran gestorben. Er hat auch noch einen Schlaganfall entwickelt und war eigentlich auch nervlich völlig am Ende. Aus dem linken Auge nichts mehr gesehen. Man hat dann auch gemessen, welche Blackmenge er praktisch in den Gefäßen hatte und die ganze Sache dann drei Monate gedauert und seither war alles weg. Hier sehen Sie ein Kind, das fünfjährig, also schwerste Nierenerkrankungen hatte. Das können Sie also auch im Labor messen. Das heißt also, man hat also ein Eiweiß, das Albumin, das zu 60% vorhanden sein sollte und er hatte vielleicht noch 22%. Das heißt, das Problem war, dass der Junge keine Treppen mehr laufen konnte, weil er einfach nicht mehr genügend Eiweiße zum Muskelaufbau hatte. Er hatte ein schweres Asthma, er hatte Depressionen und sollte dann, Moment, ist er in der Klinik behandelt worden mit der typischen Chemotherapie beziehungsweise mit einer Kortisonhochtherapie. Wir sehen, wie aufgedunseln das Gesicht zum Beispiel ist und das Tollste war, der Oberarzt hat dem Kind erzählt, damals fünfjährig, du lebst noch ein halbes Jahr, wenn das so weitergeht. Ich meine, wie man sowas machen kann, das ist mir völlig unverständlich. Das war eine Hetzerei, der ist damals mit dem Sonographiegerät sogar zu den Eltern gefahren, hat weiterhin die Niere des Kindes geröntgt, um nachzuweisen, dass diese Zystenbildung und diese zu große Niere nicht mehr zurückgeht und nach zwei Monaten haben sie nichts mehr gehört. Mittlerweile ist er sogar im Fernseher aufgetreten mit diesen Bildern hier und über Geländerbalancen, also völlig gesund, bei völlig normalen Werten. Sie sehen, man kann mit diesen Systemen, ich habe jetzt nur einen Teil erzählt, auch Nerven stimulieren. Das war eine Patientin, bei der der Chirurg Kleber im Kleinhirn vergessen hatte. So läuft es. Und mit einem schweren Basalhirn, Hirnstamminfarkt, die konnte sich kaum noch bewegen. Das Auge ist dann nochmal geklittet worden. Und hier sehen Sie, dass mit nur drei Therapien im Grunde genommen, diese Falte hier als Zeichen der Genesung, der Facialisnerv wieder erstanden ist. Man kann natürlich auch schwere Allergien behandeln. Das war der schwerste Fall an No, der Mitis, den ich je im Leben gesehen hatte. Der Junge sollte eigentlich im Gymnasium Abitur machen, hat sich nicht mehr rausgetraut. Und hier sehen Sie das Bild vorher, das hat genau drei Monate gedauert und dann war er geheilt. Also seither kam nichts mehr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.